Hallo und herzlich willkommen liebe Gaming-Freunde, hier ist wieder euer Gudi mit einem weiteren Guide zu Uncharted The Lost Legacy und zwar geht es heute gleich um zwei Trophäen und zwar wie ihr seht einmal C4E und königlicher Abriss, das sind die beiden Trophäen die wir uns hier heute holen werden. Für die erste Trophäe müssen wir vier Gegner mit einer C4 Ladung ausschalten, für die zweite Trophäe 20 Gegner, logisch, das macht sich natürlich perfekt zusammen in einem einzigen Video und Anfang Kapitel 6 befinden wir uns hier, erste Gegner, ihr müsst diesen Panzerwagen ausschalten, also von euch wird verlangt diesen Panzerwagen auszuschalten und bevor wir uns jetzt richtig an die Trophäe machen, erstmal ein wenig, ein klein wenig Vorbereitung und zwar brauchen wir erstmal C4, logisch, das liegt hier überall in diesen weißen Kisten rum, in den roten Kisten, die ihr mit dem Dietrich aufmacht, findet ihr Panzerfäuste, Panzerfäuste brauchen wir für den Wagen und C4 für die Menschen, ja, bisschen unlogisch, aber so ist es, dafür gibt es dann halt die Trophäe und das war eben gerade ein geiler Kick, das war gerade ein geiler Kick, okay, egal, weiter, wir holen uns erstmal weiter unser Material, was wir benötigen, als nächstes noch ein bisschen C4, kann man nicht genug von haben, eins würde euch reichen, sage ich euch gleich dazu, 1C4 würde reichen, aber Gott, wie gesagt, mehr schade da, auf gar keinen Fall, ihr könnt auch 4 mitnehmen, ihr könntet auch als Alternative zum Beispiel den Panzerwagen mit 3C4 ausschalten, eins in der Hand behalten und das dann so zu machen und euch gleich noch die Oberkill Trophäe holen, weil die haben wir nämlich an dieser Stelle ja auch geholt, aber ehrlich gesagt, ich fand den Weg hier, so wie ich ihn gerade mache, am besten mit 4C4 und mit Panzerfaust vor allem, das war mein Ziel, das so zu machen, das ist wie gesagt, momentan nur noch die Vorbereitung für die Trophäe eigentlich, oder besser gesagt, die für die Trophäe königlicher Abriss, die 4 Mann, die hätten wir ruckzuck ausschalten können, die Panzerfaust hier, die bekomme ich deswegen, weil genau da oben der fräht halt eine Panzerfaust mit sich rumträgt, dann haben wir schon mal einen Schuss drin, wir brauchen aber noch einen zweiten Schuss, wir brauchen in der Panzerfaust, in der Panzerfuß, natürlich in der Panzerfaust brauchen wir zwei Schüsse drin, dahinten ist noch eine rote Kiste, das bedeutet, dort gibt es nochmal Panzerfaustmunition, die holen wir uns auch noch und dann, nachdem wir die Panzerfaust haben, erstmal was ganz, ganz Wichtiges, was ich euch auf alle Fälle empfehlen würde, weil es dauert ja ein kleines bisschen, ehe man hier an dieser Stelle ist, es sei denn halt, man startet die Kampfbegegnung, ich habe hier aber direkt das Kapitel gestartet, das halte ich für eine bessere Variante, sollte ich das, glaube ich, auch auf jeden Fall machen, ich glaube, Kampfbegegnung war irgendwie ganz, ganz so, also deswegen direkt das Kapitel gestartet, habe jetzt meine C4, wie ihr seht komplett, habe meine zwei Panzerfaust, oder besser gesagt halt, die Zweischussmunition für die Panzerfaust und jetzt speichere ich, hinten an der zweiten Treppe, werdet ihr gleich sehen, dort erstelle ich einen Speicherstand, ganz einfach deswegen, wenn irgendwas schief geht, dann muss ich nicht nochmal die ganzen Kisten einsammeln oder so, sondern kann einfach direkt an dieser Stelle weitermachen, weil dieses Autosafe einem da mal ja manchmal, sage ich mal, ja, negativ zu Hilfe kommen möchte und deswegen machen wir es auf die Variante, dass wir hier einen manuellen Speicherpunkt setzen, dann gehen wir hier die Treppe hoch, hier die Treppe wird nämlich gleich ein LKW kommen und wenn wir hier oben sind, dann machen wir den Panzerwagen weg, erst wenn wir hier oben sind, machen wir den Panzerwagen weg, weil wir dann schon dort sind, wo wir das C4 hinwerfen. So, jetzt sollte gleich der Lieferwagen kommen, oder der Transporter besser gesagt, der Truppentransporter, da sehen wir es schon, wir nehmen mit R1 unser C4, schmeißen das da einmal drauf, besser gesagt. Oder davor, wie auch immer, das war ehrlich gesagt gerade ein relativ beschissener Wurf, wenn wir ganz genau sein wollen, das war schlecht, aber wurscht, ne? Unsere vier Mann haben wir erwischt mit C4 und die Trophäe erhalten und dass der Goodie das auch besser kann, das zeigt er euch nämlich gleich, wenn wir den königlichen Abriss nämlich machen. So, wenn ich jetzt aufs Spielladen gehe und meinen Speicherstand nehme, deswegen schaut ruhig noch weiter zu, das ist nämlich die Variante Nummer 1, die man da machen kann. So, jetzt bin ich wieder hier unten, renne wieder die Treppe hoch, werde mir von oben den Transporter schnappen mit meinen beiden Panzerfaust-Ladungen und dann, ja, den Transporter besser mit C4 ausschalten, als ich das eben gerade gemacht habe, aber darum geht es gar nicht, sondern noch was anderes Interessantes, was ich euch gleich zeigen werde. Lasst uns das hier mal ganz kurz machen, machen wir das Ding hier weg. So, ein Schuss, zwei Schuss, down, perfekt. LKW kommt jeden Augenblick. Ihr könnt auch das C4 vorher schon auf den Boden schmeißen, das ist auch eine Alternative, das könnt ihr auch machen. Ihr wisst ja, wo der LKW anhält, ne? Dann schmeißt du einfach C4 schon auf den Boden und gut ist. So, wir haben also unseren nächsten Kills und jetzt machen wir mal Kontrollpunkt neu laden, statt Spiel neu laden, weil unsere Trophäe, alles hat funktioniert. Es wird nämlich in Kontrollpunkt gesetzt, direkt nachdem ihr den Panzerwagen ausgeschaltet habt. Manchmal läuft es ein bisschen doof, die Jungs sind schon draußen, aber ehrlich gesagt, spielt ja auch keine Rolle, ne? Hauptsache, wir machen sie mit C4 weg, ne? Wir haben ja genug Ladungen dabei, gar kein Problem. Die sind hin, Kontrollpunkt nochmal neu laden. Und, ja, wie gesagt, die Jungs sind sowieso alle da hier am LKW, also hauen wir da überall unser C4 hin, sprengen das mit, Steuerkreuz nach unten drücken und farmen uns so unsere 20 Kills zusammen. Ja, das ist meine Art und Weise, die Sache hier zu regeln. Ich hoffe, das hat euch gefallen, ich hoffe, es hat euch geholfen. Wenn ihr so wart, lasst einen Daumen nach oben da, ganz, ganz wichtig, den Like-Button auf alle Fälle drücken. Abonniert den Kanal, wenn ihr das nicht sowieso schon gemacht habt, empfehlt das Video weiter. Und vor allem schaltet beim nächsten wieder ein. Ich hoffe, ja, das habe ich doch gerade schon gedacht, dass es euch gefallen hat. Alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Gudi. Gute, bis zum nächsten Mal, euer Gudi. Gute, bis zum nächsten Mal.